hallo und herzlich willkommen zu einem neuen neue spiel das ihnen von rewe banana split ice präsentiert wird gleichwerbung ich esse immer noch jemand eis ja ich habe es jetzt auch gerade ich wollte zuerst eine schüssel holen aber in meiner dose kaum noch was drin für meine verhältnisse deswegen scheiße auf die schüssel es ist direkt aus der verpackung ich bin da jetzt das ist gar kein let's play das ist ein let's eat bei mir hört man das wahrscheinlich nur voll festgefahren so lecker so gemischt ist eigentlich schoko und vanille und erdbeeren und dann habe ich noch extra schokostreusel aufgepackt also vorstück damit schokostreusel es vorstück lange schokostreusel wer ist horst bückler vorstück da als ist schoko vanille erdbeeren kenne ich nicht das hat aber vorstück fürst für die forst fürst schuldigung für sich ich habe vorst verstanden ich habe vorstück fürst okay ich weiße was vorstück so was schon mal nicht auf er läuft immer noch um die leuchtung der leuchtung was jeder der killer in der hause ach der ist bei dir okay ich trau mich jetzt gerade nicht die da läuft immer noch um das macht nicht die kiste ja warte noch ein paar sekunden dann wird er gleich in meine richtung kommen im doing generator okay das war nicht der das war aber schnell aber er ist weg dann wird er jetzt in meine richtung kommen denn der nächste generator wie schnell seid ihr denn jetzt fertig hast du schon ein bisschen ich habe auch was grün ist das ein gebrochener schlüssel ich glaube ich habe den jetzt auch oder ist das generell ein schlüssel was ich in der kiste gefunden habe ich habe da einen schlüssel in der hand der ist aber grün und nicht lila wenn er grün ist dann wird das der gebrochene sein obwohl in lila kenne ich den noch gar nicht ich kenne den hauptschlüssel in rot ja rot genau rot nicht lila es war rot okay ich wollte schon sagen hey hier ist ein haus aber was bedeutet das jetzt diese grüne was kann ich jetzt mit dem machen ich weiß es nicht ich habe es in dir herausgefunden hi ist du das? äh der killer kommt ist du das? warte ist du das? ja ähm oh Twitch tv ein streamer nein nicht Ach Twitch tv schon wieder nicht ein streamer ok er ist weg ich mach den generator dreamer sind unsere natürlichen feinde achso jaaa ach ne ok ist wieder weg ähm wiederhol das bitte nochmal er ist weg und wird wahrscheinlich jetzt zu uns kommen wo ist Twitch tv wo ist ah dahinten ach der da blendet einer den äh vorsicht vorsicht der liegt der hat dich wahrscheinlich gesehen der trägt grad einen ne das ist dir schon klar ja trotzdem und der wird grad geblendet von einer also ich glaub der sieht eher die Taschenlampe von der hier ist der Feinsteller ich kann's nicht richtig sehen ne ich glaub das ist vor der Kettensegnung man oh vorsicht er ist immer noch hier oh scheiß er es ist der Feinsteller ähm denk ihn ab Was? Warum ist der nicht drüber gesprungen? what this? Chris, oder fährt bei dir? na ja Wir haben eis bei dir, das kühlt nicht gut nicht gut was ich kann ich weiß nicht was ich mache du bist zu allem vorbei oh kacke oh nein ja von dir hat er glaube ich abgelassen das ist ja so abzauern okay machen wir so was mit diesem hasenlauf da es gab doch diese geschichte wurde oder hause wie vor dem wolf abhaut dann immer wieder kommt läuft ein busch dann kommt der nächste hase das machen der hase wir wollten nicht in haus und die nein nein ich habe sich mit meiner ich will dich nächstes gibt es gibt mehrere haus und der schildkröte ausgesucht haus und wollte ich weiß dass du meinst hier dieser hause den diese verarschen die ganze Zeit in der reise und er wollte die hausen der hause läuft weg bleibt im gebürsch und dann kommt der nächste hause wechseln sich dann immer ab bis der wolf am arsch ist das soll ich auch bis er nicht mehr kann ne das kenne ich nicht ich kenne diese geschichte mit dem komm links ist mit den igeln und den hasen ja ne das ist der hasen und der schildkröte glaube ich äh hase schildkröte wolf was ich bin ein bisschen verwirrt es gibt verschiedene geschichten mit hasen ja ich kenne die geschichte mit dem hasen und dem mit der schildkröte und dem und dem und dem igel oder was die gehen die was den ich kenne es gibt aber auch mit bachspanne gibt es eine geschichte wo er gegen die schildkröte läuft das weiß ich nicht was haben wir für themen hey bachspanne ist kulturgut ja das ist kindheit das ist bei uns von kindheit mit dem schildkröte mit dem schildkröte mit dem schildkröte wie soll das gehen ja ich weiß nicht mit dem schildkröte mit dem schildkröte das ist ich habe ich ich heile gerade jemanden ähm ähm mach mal alle schnell beim generator mit ich habe ihn nicht gesehen und der schlägt einfach an mir vorbei WTF hey hi mario mach mit dem mal fertig und dann den anderen ich glaube das ist wirklich ein problem hör auf hör auf hör auf ich gehe wieder zum anderen nein der kommt da gerade hin der kommt da gerade hin der hat mich nicht gesehen alter ich bin das dreck an mir vorbeigelaufen den generator wieder fertig machen okay ich hoffe nicht mehr zwischen zwei generatoren äh kommt wieder komm wieder komm wieder auf die anderen beiden sind auch übrigens da hinten oder ah 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 das problem ist die barrikade ist kaputt kacke fertig ich muss weg jetzt verfolgt er mich okay dann lasst ihn weiter äh ich lauf grad in deine Richtung sorry ach chris nein was na hat ich denn gewoppelt nein neiii entschuldige ich wusste nicht in welche Richtung du laufst ich hab doch gesagt ich bin nur ein generator ja aber da ist mir doch hingelaufen er wird ja noch pro camp ach alter er hat jetzt ist er ausgelaufen ja entschuldige ich habe jetzt gerade den zweiten generator gemacht das ich auch nicht er wird mich hundertprozent ich glaub ich glaub ich komm frei nein ach war das ein abwacht Das war ein bisschen strange. Es geht jetzt mal raus. Er kämpft übrigens. Nein. Nein! Er ist wieder weg. Ich würde dich ja gerne befreien, aber er kämpft. Ja, ich sehe es. Ah, du Hurensohn. Ich mach grad mal das Tor auf und dann versuche ich noch mal was. Ach, das ist schon offen. Äh, Space. Okay, ich weiß noch nicht, welches Tor wir müssen gleich. Bist du in der Hütte? Ja. Vorsichtig, hier ist eine Falle direkt vor mir. Obwohl, ich glaube, wenn du mich hier runterholst, dann werde ich nicht drinnen landen. Ja, aber ich. Wo du landest, keine Ahnung, du gehst nämlich direkt unter mir. Also wirklich exakt. Hey, guck mal. Hallo, du da. Hallo, du da. Wir sind alle, alle sind hier. Ja. Gott, ey. Ich würde ja gerne aber... Oh, toll. Das war's. Das war's. Lauf. Aber jetzt will ich jetzt noch den einen retten. Hey, guck mal, hallo, hallo, fang mich. Hallo, fang mich. Hallo, fang mich. Na okay, Gott scheiße. Ich bin schon wieder tot. Ist das ein Abwrack? Und was macht ihr so? Ich versuche jetzt wenigstens die noch zu retten. Alter, die, die halt! Was? Okay, okay, abhauen, 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 abhauen. Lauf. Alter, ist das euer Ernst? Hahaha. Ich glaube, du solltest es nicht probieren. Hier, ihr konntet ja alle sterben. Hallo. Hey. Was ist das ein Prank? Komm schon. Du willst dich doch gar nicht. Sie ist unschuldig. Okay, wirklich. Er bleibt da. Ich auch. Oh, äh. Ah, nein, nein, nein. Ah, scheiße. Ich hab das zu spät gemerkt. Ich dachte, der würde... Oh, okay, 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 okay. Warte, 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 warte. Der ist hinter mir, der ist hinter mir. Oh, man. Ich hätte sie gern... Ich hab nicht gecheckt, dass der das geholt hat. Aber eine gute Nachricht, das Eis hat jetzt... Mein Eis hat jetzt die perfekte Temperatur. Also, mein Eis ist komplett, äh, geschmolzen und ich weiß nicht, wo ich das abstehen kann. Trink es. Ich hab's jetzt einfach mal irgendwo hier an die Seite abgestellt. Du musst das jetzt trinken. Ein bisschen Alkohol dazu mischen. Ein bisschen Eis mit Wodka fadeln. Mhm. Ist bestimmt, ist bestimmt gut. Ach, Alter, jetzt rutsch ich schon wieder auf diesem Stuhl hinterher. Aber was machst du denn mit diesem geborener Schlüssel? Ich weiß es nicht. Schreib's doch mal in die Kommentare. So, du hast bei mir 8330 Punkte. Und die andere ist tot, okay. Wie viel habe ich? Ähm... Ich habe 9730. Insgesamt oder... Ja, meine Punktezahl. Nein, wie viel hast du... Hast du 8.930 insgesamt verdient? Oder... Ich mein, hast du die... In dieser Runde... Wo steht denn diese 8... Ich habe hier... Ich habe hier diese Tabelle, ne? Ja. Und da steht der Punktezahl ganz oben. Mhm. Und wenn ich jetzt runtergehe, auf die vierte Position, wo ich gehe, habe ich 9730. Na, aber 8330 nur. Nein, ich habe 9730. Okay, wie viel Punkte habe ich? Äh, du hast 17132. Alter, ich habe 20682. Wie viel hat, äh, hier Twitch? 10159. Und die andere? 12.044. Ja. Alter, warum sind die richtig und wie war der falsch? Und der Müller? 18.944. Genau. Hey, warum? Ich weiß auch nicht. Ich verstehe es nicht. Auf jeden Fall werde ich jetzt mal kurz upgraden. Wir machen vom letzten Cut. Boah. Ach, wir sind ja jetzt hier in... der ersten Hälfte noch. Okay. Wir sind weiter in der nächsten Runde. Macht's gut. Das ist nur der zweite Part. Beste Einmoderation ever. Ähm. Ja. Ja, irgendeiner fehlt noch. Ich, ich habe fertig gerückt. Mario, warte. Oh, warte, warte. Oh, 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 oh. Auf Vergabe. Stimmt die Aufvergabe? Nein. Komm, mach ich das. Ähm. Ich bin bereit. Ähm. Hier, komm, ich schenke mal allen Leuten Glück. Oh. Ja. Hier, schwarze Salzstatue. Erhöht leicht das Glück aller Überlebenden. Ich weiß nicht, was das heißt, dass da drunter steht, Stapelt. Okay. Ich weiß es nicht. Stapel, äh, das Glück kann man stapeln, wusstest du es nicht? Sowas geht? Also heißt das, wenn ich jetzt ein, wenn ich jetzt einmal Glück habe. Und der andere auch Glück macht. Und der andere auch Glück hat. Ja. Das heißt, ich habe dann zwei Glück. Ja. Boah, Glück muss man haben, aber besser ist, wenn man zwei Glück hat. Wenn einer von uns dieses verbündete Tuch oder so drin hat, dass wir dann zu vier spawnen, heißt das, wir haben dann vier Glück. Ja. Boah. Und der Killer auch? Da steht ja aller. Boah, ich steh mal vor, dass so viel Glück, du kannst einfach nicht gefangen werden. Jedes Mal, wenn er schlägt, schlägt er einfach daneben. Du steh direkt vor dem und er bewegt sich nicht. Warum treffe ich den nicht? Ich glaube, ich glaube, das Glück ist aber nur auf die, ähm, Quick Times Event. Ich glaube auch. Weil ich hatte schon mal so, aber ich habe gesagt, dass ich das verkackt habe. Irgendwie, dass das, dass das Strich daneben war und plötzlich trotzdem habe ich es geschafft. Hab ich auch schon gehabt, aber so oft. Aber auch, nur manchmal so ein bisschen, weil er entweder vor oder hinter den Biken. Mhm. Das war komisch manchmal. Das ist so strange. In der Nailerhurt. Who are you gonna call? Go Busters! Hey, hier sehe ich mal, ich sehe gerade einen guten, äh, Prank hier gerade zum Video davon. Äh, nicht Prank. Nein, das ist ein richtig guter. Da läuft einfach so ein... Ah, Heinz, du bist auf das Niveau gesunken. Nein, 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 das ist wirklich ein guter. Da, also das ist so zwei Frauen, die laufen in den Park, also gehen in den Park und da läuft ein Typ an denen vorbei, ne? Und vor dem ist so eine Frau auf Krücken, ne? Und da läuft ja gegen die Frau mit Krücken, ne? Und dann steht die plötzlich auf und reicht dann den Typen die Krücken. Und der handelt dann weiter und sie rennt weiter. Hm? Mhm. Ja. Ich kann mir das gerade nicht vorstellen. Also das sind zwei, einfach zwei Mädels, ne? Die sind nicht eingeweiht. Und dann kommt ein Typ, der rennt an den Mädels vorbei und ihm gegenüber kommt eine Frau auf Krücken. Ja. Und dann rennt er gegen die Frau auf Krücken, ne? Und Falle fallen um. Dann steht die Frau mit, äh, also steht die Frau auf, nimmt die, nimmt die Krücken und gibt die dem Typen. Und der plötzlich hummelt dann weg. Hä? Hä? Das war der Scheiß. Das war einfach nur das zu verwirren. Das ist kein richtiger Prank, das ist einfach nur so, halt was zu verwirren, äh, zu Verwirrung. Und die Mädels guckt dann so, oh, sind voll überrascht, wurden halt quasi voll veralbert. Das ist das nicht wirklich veralbert, das ist es einfach nur so, sie haben es nicht gemerkt. Okay. Es ist besser, als, äh, keine Ahnung, ob irgendwas zu stehen und dann, äh, geprankt, es wurde gar nicht gestohlen, haha. Okay. Oder Handy kaputt machen. Haha, voll lustig, der Handy ist kaputt. Ne, doch nicht, haha. Ich finde Pranks irgendwie allgemein scheiße. Kacke, aus welcher Schöchtern kommt der. Oh, ist das der Glockenmann. Uiii. Oh, wir sind übrigens nur noch zu viert, ne? Also nur, nur, nur drei Überlebende. Oh, stimmt. Auch wird gesehen. Hey, wir müssen aber auch nur vier Generatoren machen. Das ist auch wiederum gut. Und einer habe ich schon mehr als zur Hälfte durch. Ey, kann das, entweder war das jetzt ein Bug, oder, also das, oder dass du das Spiel jetzt merkt. Vielleicht merkt es spät, wenn einer weggeht und dann tut es dann, direkt am Anfang das zu einer wegmachen. Das kann sein. Ähm, hast du einen Generator? Ja. Ja. Da bist du mit dem. Fast fertig. Soll ich den auslassen? Ich habe meinen ausgelassen. Da ist mir direkt noch einer. Wenn ich den jetzt auffertig mache, dann habe ich zwei direkt. Mach mal, mach mal. Ich laufe gerade. Ich jogge gerade mit dem Geist. Ja, lauf du mal. Ich mache die Nummer, also nur zur Hälfte fertig. Ja, ich laufe. Wie ich laufe. Okay, versuch ihn abzuhängen. Nein, das ist jetzt auf das Feld. Probier es. Weil hier sind zwei Generatoren direkt am Tor und beide mache ich jetzt fast fertig. Ohohoho. Ich gebe mir Mühe. Ohohoho. Was macht denn da auch? Wie viel fehlt denn bei dir? Fertig. Oh, okay. Der ist wieder hinter mir. Okay. Dann versuch schön vom Rand weg zu gehen, weil da bin ich und mache jetzt die zwei Generatoren fertig. Ich gebe mir Mühe. Das ist Nummer eins. Oh, kacke. und das ist noch zwei unter mir warum wird es immer lauter um Prozent Prozent mehr Ich trage mich, was der andere macht. Kann ich auch mal gerne wissen. Der wartet die ganze Zeit jetzt auf der Luke. Bist du den Geist einfach auf dem Berg? Also ich habe jetzt fast den nächsten Generator fertig, ne? Das heißt, geh am besten zum Tor. Jep, gold gemacht, Boss. Alles klar, Boss. Alter, der macht gar nichts. In der Zeit, wo wir jeweils zwei Generatoren machen, macht der gar nichts. Wie weit bist du? Ich stehe am Tor. Ich bin fast fertig. Zwei, eins, go. Oh, wird geöffnet. Und ich sehe den Killer, der ist am anderen Tor. Also sprich, von dir aus muss das links gewesen sein. Wo ich hin muss. Ne, da wo der Killer war. Nein. Da laufe ich gerade hin. Ich bin schon am Tor. Ja. Dann lass der andere gerade. Also ich bin an dem anderen Tor dann. Und das ist offen. So, das andere Tor wird gerade auch aufgemacht. Dann ist hier gerade wieder zurückgekehrt. Okay, hab ich gesehen. Alles oder nichts. Alles oder nichts. Alles oder nichts. Was macht der? Was macht der? Ich bin weg. Ja, ich bin angehittet. Das ist jetzt doof. Ja, ich war auch angehittet. Deswegen bin ich abgehauen. Okay, dann geh du in die Sicht von dem anderen rein und sag mir, was der macht. Der da campt oder so. Der campt. Der ist unsichtbar. Ja, der ist immer noch bei ihm. Hau ab, Mario. Hau ab. Mario, hau ab. Es tut mir leid. Flieh. Es tut mir leid. Flieh, Mario. Also es war bei mir so knapp. Er wurde gerade aufgemacht. Er hat mich da gesehen. Während ich das Tor gerade noch... Jetzt hau ab, Mario. Während ich das Tor auf... Da hinten. Komm. Ich warte. Komm. Beende sein Leiden. Ja, auch wenn ich hier rausrenne, wird es eh nicht schneller beendet. Er ist tot. Ich habe gerade das Tor so aufgemacht, während der Typ aufgehoben worden ist und der Geist an mir vorbeigelaufen ist. Und ich dachte so, okay, mach ich das Tor schnell auf. Das war echt knapp. Weil der Geist kam auf mich zu gerade, als das Tor gerade aufgegangen ist. Kannst du bitte gehen? Du ziehst das jetzt Pell vor in die Länge. Ich bin doch gar nicht. Ich muss da lang, ne? Endlich mal wieder überlebt. Yeah. Hey, Rang 19. Hey, siehst du in der Arm? Ein Temme. Temme. Ja, er hat null Punkte. Ja, weil da direkt rausgängig ist. Und ich habe 10.118. Ja, stimmt. Und du hast 11.790. Nein, ich habe 990. Du bist bei mir auf dem ersten Platz mit 11.000. Ja, 11.990. Nein, 790. Ich habe 10.118. Das stimmt. 10.118, das stimmt. Und da drunter der Deutsche mit 3.455. Ja. Dann einfach 0. Und der Killer mit 4.970. Das heißt, der Fehler liegt bei dir und nicht bei mir. Das ist schon mal... Also, was? Ja, weil ich sehe deine richtige Punkte. Aber das ist eigentlich... Das war die zweite Hälfte, ne? Ja. Und damit... Macht's gut. Haut rein. Bis zur nächsten Folge. Ja.